Hey Freunde, Nintendo Tech hier, heute gibt's die erste Runde Hey Leute, Nintendo Tech hier, hey Leute Hey Leute, hey Leute, hey Leute, hey Leute, hey Leute Hey Leute, hey Leute, hey Leute, hey Leute die Nintendo Tech hier Und dann... Hey Leute, Nintendo Tech hier und herzlich willkommen zu diesem kleinen Special. 100 Abonnenten, wir haben es geschafft und dazu wollte ich einfach mal Danke sagen. Auch wenn jetzt der ein oder andere sagt, ja 100 ist aber gar nicht so viel. Im Vergleich mit den anderen großen Kanälen auf YouTube mag das stimmen. Aber stellt euch mal 100 Personen in einem Raum vor und das ist eine ziemliche Menge an Leuten. Vielleicht haben auch einige von euch mitbekommen, dass ich auf einigen Social Media Plattformen einen anderen Namen habe. Und zwar Neostrix. Diesen Namen wird auch dieser YouTube Kanal tragen, wenn ihr dieses Video gerade schaut. Der Grund dafür ist ganz einfach. Der Name Nintendo Tech beinhaltet einen Firmennamen, der nicht mir gehört. Das ist der Name einer großen Firma, die seit den 70er, 80er Jahren Videospiele und Konsolen herstellt. Ihr wisst von wem ich rede? Ja richtig, es ist natürlich Nintendo. Ich glaube, die würden es nicht so cool finden, wenn sie eines Tages einen YouTube Kanal sehen, der unter ihrem Namen irgendwelche Videos veröffentlicht. Um da keine Schwierigkeiten zu bekommen, hätte ich früher oder später ohnehin meinen Namen ändern müssen. Und bevor ich es vergesse zu sagen, die nächsten zwei Videos sind vorproduziert. Das heißt, da bin ich noch Nintendo Tech. Aber in Zukunft werde ich dann natürlich Neostrix sein. An der Stelle geht auch mal ein Danke an VOA-Tutorials raus. Wenn du das hier siehst, danke für den Insanen Support in der letzten Zeit. Aber nicht nur an VOA, sondern auch Danke an die ganzen aktiven Leute hier auf meinem Kanal, die sich jedes Video anschauen, Kommentare schreiben, Videos liken. Ihr seid die, die meinen Kanal soweit gebracht haben. Und ich hoffe, dass ich noch viele weitere solche aktiven Zuschauer bekommen kann. Falls dir das Video bisher übrigens gefällt, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Übrigens, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, gerne hier auch mal ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. So, jetzt aber mal zum Thema soziale Medien. Falls ihr auch immer eine Nachricht bekommen wollt, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Ihr wisst ja, der Algorithmus oder YouTube generell ist nicht so zuverlässig, auch wenn man die Glocke aktiviert hat. Aber wenn man sie aktiviert hat, hilft es auf jeden Fall. So, und jetzt weiter im Text. Falls ihr da auch keine Infos über zukünftige Videos verpassen wollt oder euch auch privat mit mir unterhalten wollt, dann folgt mir auch gerne mal auf Twitter, denn da können wir auch privat schreiben, falls ihr da Bock drauf habt. Und zur Feier, dass wir 100 Abonnenten erreicht haben, habe ich ebenfalls einen Community-Discord-Server erstellt, auf dem ihr euch mit Freunden oder anderen Leuten aus der Community treffen, zocken oder einfach reden könnt. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren angepinnt. So Leute, jetzt nochmal vielen Dank für 100 Abonnenten. Falls du das Video bis hierhin geschaut hast, dann lass es mich wissen, indem du mit dem Hashtag 100 kommentierst. Und damit bedanke ich mich herzlich für das aufmerksame Zuschauen. Falls du jetzt noch Ideen für zukünftige Videos hast, dann ab damit in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschau Leute! Bis jetzt! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.